Hallo und wieder Herzlich Willkommen zurück bei The Division. Immer noch, wo sind wir überhaupt? Keine Ahnung. Mit dem Onkel. Wir sind in der U-Bahn-Leichenhalle. Ja, hallo! Ist ja schon lange her. Und dem Revano. Hallo, grüß dich. Ich weiß nicht, ich wusste, wie das Ding da ist. Irgendeine Fabrik oder so was in der Richtung. Ja, da steht. Steh doch oben beim Radar. Hab ich nicht drauf geachtet. Ich kann die Augen nicht so weit nach oben heben. Wir sind doch auf jeden Fall in irgendeiner Fabrik. Ist das doch auf jeden Fall. So oder so. Ja, wir müssen hier grad die Steckwissen reinigen, weißt du doch. Du, ich geh diesmal hier hoch, soll ich sagen. Onkel, genau dieselbe, die hab ich auch gerade gehabt. Ah, herrlich. Ich wollte auch gerade da hochgehen, aber... Ja, aber zuerst muss ich jemand das Relais schnappen. Das ist das Ding. Ja, Revano, du brauchst nicht auch da hochgehen. Das wär Quatsch, wenn wir alle hochgehen. Ja, aber wenn ich doch tot bin da unten, dann müsst ihr erstmal runterkommen und mich wiederbeleben. Warte, ich hol mal das Relais, weil einer muss es ja holen. Warte, die Feinde nähern sich ihrer Position. Hä? Was denn? Wir kommen. Oh, leg mir das Ding wieder weg. Und ich hau ab. Und einfach. Ich hab deine Stellung verstärkt, Onkel. Ich hab deine Stellung verstärkt, Onkel. Und einer hat kontaminiertes Gebiet betreten. Ich war es nicht. Nein. Wir sind doch da oben im roten Bereich. Ich. Naja, die Gegner sind gelb, trinken und er klettert da hoch. Hallo, ruhig. Ist ja praktisch für mich. Na gut so. Next track. Hier wird kein Gegner mehr. Next track. Der sieht wieder nicht. Die von hinten. Wo kommst du denn her, Alter? Ein Vogel. Ja, wo kommst du denn her? Aus dem Wiener Haus. Aus dem Wiener Haus. Aus Klinehausen. Da hatte ich Verkehr. Aha, Onkel. Alter, Okel, steckt in dir ein? Will der mich verkacken? Ersteckt in dir. Ich will mich verkacken. Crazy ist mal wieder heute da. Crazy ist mal wieder der Wortgewand, der heute. Willst du mich verkacken? Ich hab heute ein leichtes Problem mit der deutschen Sprache. Ich geh mal weiter, weil ich seit gar nicht mehr da, ne? Kannst du tun, bist du noch gut im... Nö, jetzt sind sie alle weg. Die sind alle weg. Weg. Oh, Flash. Warte, ich komm schon wieder. Ich komm bei dir. Reh mal eine, komm zurück. Oh my God. Der kommt mit dem Schild und der Axt in der Meer gerannt. Oh my God. Ne, die machen crazy. Achsel kommt. Achsel kommt. Ich hab hier so, 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 so ein Schildkröten lang. Ich auch. Wir auch. Ja, die mit dem Schild. Alter, der geht mir richtig auf den Nuss. Da reicht aber auch nicht ein Magazin, ne? Ne, da reicht ein... Oh Gott, nein. Oh mein Gott. Ich muss die Leiter runter. Er hat mich während des Kletterns gekillt. Die Sackgratte. Onkel, ich komme. Och nein. Mit ihrem Scheiß-Schild. Was hat der denn jetzt? Der hat irgendwie so einen Karate-Kick gerade gemacht. Alter, was soll das denn jetzt? Alter, ich hab... Das ist so ein... Das ist so ein... Aus der Hüfte schießen. Mhm. Dankeschön. Mach ich nicht gern bei dem Spiel hier. Mhm. Kannst du mal aufhören zu essen? Mhm. Ach, ich brauch nur grad sogar Nervennahrung. Hier oben ist ne Auffüge. Hier oben ist ne Auffüge. Hier oben ist ne Auffüge. So, alles klar. Hammer. Ich... 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 ich setz mal das Ding rein. Oh, es gab sogar... Wir sind schon... wir sind schon da. Wir sind schon da. Bessere Munizier. Ja, ich muss hier dahinter. Ich geh mal unten rum, weil unten ist bestimmt auch noch ein Unten rum. Aktivieren Sie das Energie-Relais. Hat leider Licht ausgemacht. Na bitte. Ich hoffe, Sie können im Dunkeln sehen, weil ich Sie im Kontrollraum brauche, um die Sache abzuschließen. So, warte mal auf Onkel, weil der macht grad unten rum. Ja, ich guck grad mal. Unten rum ist er. Der dürfte aber auch so... Muni oder irgendwie sowas ist er auf jeden Fall. Jep. Viel. Oh, er hat den Lichtschalter angemacht. Yay. Hä, schon lang. Was ist das mit dir? Nee, bei mir ging, war grad die ganze Zeit er dunkel und dann auf einmal ging es an. Hm. Wird mal die Augen aufmachen. Hm, sind offen. Hm. Ja. Aber... Ich... Also ich hab soweit alles gesammelt. Mhm. So, ich schreib mal noch alles nach. Granat hab ich gefunden. Der nächste Teil darf dann der Revaner aufnehmen. Mach ich. Bestimmt noch mal kurz. Oh, jetzt. Jetzt schon. Was? Ne, müssen wir erst holen, ne? Ich weiß es aber nicht genau. Okay, ähm... Je mehr wir auf dieser Gruft rauskommen, desto besser. Ja, wer weiß was hier noch auf uns zukommt. Der Gruft. Ach ne, wir sind's denn in... Warten Sie kurz. Ne. Okay. Einer von euch geht vor. Ich bleib hier. Test, test. Mein Gott ist das Ding laut. Okay, ich mach mich jetzt dem Kontrollraum. Traut sich keiner, ne? Der redet keiner. Wir müssen... Hm. Ja. Kleines Update von mir. Es wird gleich echt schnell echt runter. Revaner und Onkel mal so als Tipp. Ich will nicht da hinten runter. Also wird alles... Ja, was müssen wir denn machen jetzt? Nur warten? Erstmal warten und zuholen. Ach, auf... Auf roters Wand, hm? Ich würde wenn, dann hier in der... Schst! Pssst... Pssst! Pssst! Wo hör ich denn? Ich hör irgendwo die Töne noch wieder. Was sagt man dazu? ...ne doch! Pssst! 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 Ok, Achtung, ich mach noch einen Scanner durch. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin echt gespannt, was das abgeht. Ok, da kommen sie schon. Bitte. Oh, ich hab das Geländer im Weg. Geländer? Ok, ich verstärk mal deine Deckung. Du kriegst einen Mann. Achtung, zwei heavy Schuze. Bats und Bats. Aber hat nichts gebracht. Aua, 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 Aua. Das ist richtig. Mein Gott, dieses Nachgelade. Und da brennt die Sau. Achtung. Und flieg. Aua, 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 Aua. In dem Fall bleiben nur noch kein Darm. Okay, da hinten kommen noch mehr. Da hinten kommen noch mehr. Aber ich hab nur erst die Hilfe eingeladen. Hier, hier. Da, da. Aua, Aua, Aua. Boah. Schön. Sliper raus. Sliper den Sack in den Zirne. Wenn er nichts abholen würde. Hm. Fink doch noch runter, den Sack. Boah. Hat sich auch gereimt, ja. Boah, zieh. Geräumt, jo. So einer ist tot. Achtung, da kommen die Hesslans. Oh, geil. Wieder weggeflattert. Ich seh die nicht, wo sind die? Boah, da hinten ist einer. Hinten in der Deckung. Er ist festgenagelt, oder? Hast du ihn wieder genagelt? Das kannst du gerne übernehmen. Ja, ich schieße auf den Tank. Ja. 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 Ich stue die Granate hin und denke, jetzt gibt's eine Schöne-Explosion. Piff. Piff hat's gemacht. Ja. Und der ist tot. Okay, alles nachladen, schnell. Kommen bestimmt noch mehr, ne? Ja, die kommen aus dem Fahrstuhl, links von euch. Achtung, die kommen von hier. Alter. Oh, da ist ein dicker. Scheiße. Ein dicker? Au, 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 au. Ich will nichts sagen, aber der Crazy, der steht in der falschen Deckung. Nee, ich steh schon richtig hier. Weil unten sind auch welche. Okay. Ist ein gelber dabei. Aber ich geb den einfach einer. Wow. Au, 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 au. Sieks. Der war weg, du Scheiße. Ich freu ihn doch nicht. Ist aber ein ganz schönes Stück Elend da unten. Boah, ey. Schon wieder, weil der mich verarscht. So, der eine ist weg. Ich spit auf sein Rohr, äh, auf sein Fass. Oh, nein! Hilfe! Oh, Scheiße. Ich bin auch tot. Ich komm. Kratschi! Ich komm. Einmal vier Eck, danke. Ich geh ja unter die Deckung. Boah, Hilfe, Leute. Oh, Achtung! Einmal bitte vier Eck drücken, Onkel. Vier Eck. Ah, geh nicht. Das ist ja so ein gelber. Oh, aber. Ach nein, ich bin auch umgefallen in dem Moment. Oh nein, bitte nicht. Alle drei? Hm. Wie war? Alle drei zusammen. Wieso? Alle drehen zusammen. Eine Grillparty. Eine Grillparty. Wir waren die Schweine. Wir waren die Würstchen. Ja. Nur meine. Würstchen. Ach verdammt. Currywurst. Ah, das fing so gut an. Hm, das wird immer leckerer. Merkt ihr das? Aber wir können den Loot schon mal einsammeln, der jetzt hier oben ist. Ja, das wär ja ganz nett. Weil der sabbelt ja jetzt wieder sein. Nee, da unten sind sie doch, die Leute. Mensch, was macht ihr denn? Hä? Ah, das geht weiter. Oh, aber es sabbelt ja noch die ganze Zeit. Ja, das war. Wir müssen nicht ganz von vorne machen. In Betar war's doch. Ja, in Betar. Und das ist halt so. Ja, aber das ist doch weiter was anderes. Ah, herrlich. Ist's egal. Hauptsache wir müssen nicht mehr alles neu machen. Ist doch cool. Schauen wir jetzt mal den da hinten in der Deckung gehen aus. Ja, dem werfe ich ne Granate gegen den Latze. Nee, ich mein, der da oben hofft. Hm. Hinten, den kriegst du nicht so schlecht. Hm, nicht so schlecht. Ich fange ja eher positiv. Den trifft man so schlecht. Hm, das stimmt allerdings. Das klingt eher negativ. Ja. 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 Ich befestige mal Onkels Stellung. Yeah. Onkel seine Stellung ist, waschen sie zu geloaden. Oh, der ist fast tot. Ja, er hat ja alle gleichzeitig draufgerutscht. Hm, den haben wir richtig geklont den Jungen. Und noch einen, da oben auf dem, guck mal der, der ist ja ganz neben mir. Hm, die wollten noch seinen, seinen komischen... Achtung, jetzt kommen sie von dort. Ja, jetzt kommen sie von links aus dem Fortschlau. Feinde nähern sich ihrer Position. Da kommen wir nicht die Gülse. Der Gelbe ist unten. Ja. Ich auch, treffe. Achtung, Granate, direkt noch voll. Aua! Ach, mit dem Fass hätte ich... Hilfe! Hilfe! Boah! Crazy, warte, ich komm zu dir. Oder du, Rivanne, warum? Gehst du denn das Ding an? Ja, weil ich dich retten wollte. Ja, ist richtig, aber... Na, du weißt, wie schnell wir hier alle tot sein können, dann war's das. Er survived. Ja, da kommt er nicht weg. Er ist da gleich dran und ich versuche ja in eurer Deckung zu kommen. Dann geh nicht aus eurer Deckung raus. Oh, o, with this. Wer so ist das? Es ist ne gelbe Arsch. So, hinter dir? Oh ok. Dann reg CI ng Stil Scanner, dann komm immer mehr krischen Trefferstand. Gelb Sack ist unten, der geht nach oben und nach Videoblü. wenn du sagst ich treffe immer wieder sein Rohr hier hinten, seine Gasputtel gleich, gleich gibt's die Appel sein Rohr, ihr habt's alle gehört ich hoffe wir... ich hab keine Muni mehr, ich glaub's nicht gerade hier ist einsam ist genau... oh fuck, Granada ich bin crazy, ich komm zu... neben dir, links, neben dir crazy, links, neben dir crazy vier Eck, bitte crazy, vier Eck, vier Eck und nochmal bitte okay, vier Eck es geht nicht doch, das geht, das geht, das geht, das geht ach, wieder am Arsch, ey, was ist denn hier los oh, alter, schon wieder einer oh, alter ach, nö jetzt hab ich dir so'n Sack Alter warte geh hinter der Deckung, genau, los, drück vier Eck kann mich nicht heilen, alter, so'n Scheiß immer schön noch hier rüber ja, boah, mein Lebensenergie und dann noch mit der billigen Waffe, ne okay, Jungs boah aufregend ach, diese Scheiß-Granat-Wichser okay, wir haben einen da hinten ist einer festgelegt boah, ist das eine harte Mission ja, ja das ist das Ende, ne ich muss jetzt runterraisen ganz schnell, ganz schnell, beeilen sofort wieder hoch, Jungs weil die kommen von unten aus dem Fahrstuhl da kommen sie schon ja, das ist eine ganze Familie oder was? geht wieder hoch, geht hoch, da kommt ein ganz ganz dicker ja, den kenne ich noch aus dem Peter ja, den kenne ich noch aus dem Peter ah, wie gesagt, ein ganz dicker alles klar er kommt hoch, er kommt hoch der ist halt langsam, da müssen die nur auf Distanz laufen das ist eigentlich der ist an sich nicht boah, hier kommen ja noch mehr Hör, hinter die Ocken boah, Scheiße, hinter mir auch der ist hinter mir komm schon, jetzt lad doch mal die Waffen nach oh, noch einer boah, der hat ein Spartaner ein Spartaner kleiner, dreckiger Mieser Wichser das tut boah, Leute Onkel, geh weg von dem der kann sehr weit schießen ah, er lebt nah oder sowas in der Richtung ich treff den nicht aber ich schieße den nicht oder? sind die auch noch irgendwelche putzi Typen? naja, das ist ja nicht da kommen die ganze Zeit welche, oder? das heißt, ich bin in Brand oh, Dirk Quasi, Dirk, schnell bin dabei der Fette kommt wir müssen hier weg roll dich, roll dich ich, ich, ich keine Munition auf die andere Seite ah, fuck Quasi, kommst du mir um die Ecke bin dabei, bin dabei, bin dabei boah, schnell, schnell Quasi, komm komm Quasi ah, Scheiße Wurde geflammt ich muss weg wir müssen mich jetzt auch wiederbeleben, ne? ja, der Onkel muss mich auch wiederbeleben weil hier ist kein, äh, Dings ihr seid witzig Kacke ah, der Mann, gezahne doch mal den Scheiß ein hier das geht nur auf den Sack Wurde geflammt mit allem Arsch, außer Onkel ja ich hab keine Muni mehr ich weiß nicht, was ich machen soll ich seh nix hier ich seh nur Feuer, Flammen und wir sind unten am Boden in dem Lande schilfe euch ich höre es mal die anderen Kunden ich hab keine Munition mehr ey, was ist denn hier los halt die Fresse jetzt Leergeschossen mein Gott was ist, was? Leergeschossen ja, kannst du dann mit dem Boden ich höre es mal die anderen Typen wegholen ach, geht doch einfach so einer ist weg und die Muni schnell einsammeln oder wir haben das überlebt ohah, nein warum dreht denn der sich um? ich versteh das nicht Ich seh da oben, dass so ein kleines, blaues Männchen rennt. Ja, ne? Wie komisch kreuz vor Dreh, so strich er da. Oh, herrlich. Es ist ja nur noch der und der. Aber ich würde sagen... Jetzt hab ich dafür auch keine Munition. Nein, es sind noch zwei. Warum dreht denn der sich immer hinter der Deckung um? Das geht mir auf den Sack. Ich geh aus der Deckung raus, da dreht er sich zur Wand. Und dann renn ich gegen die Wand. Na, so ein Schwachsinn. Onkel ist tot. Ich hoffe, dass wir wenigstens... Aber ich glaube, hier ist ein Checkpoint gewesen, weil da stand ja kein Neustartpunkt. Bei dem Dicken, ne? Glaube ja. Ich hoffe es auch. Ja. Ne. Ich dachte, auf die hätten sie sich gekümmert. Mein Medikiter, der Dicken hier ist im Arsch. Ehrlich nicht. Bleib oben, bleib oben. Ich will mein Medikiter. Lauten kommen sie schon. Ich bitte. Ohne den Dicken, ehrlich jetzt. Ohne den Dicken, ehrlich, was redest du da? Der Dicke ist jetzt noch nicht da, ne? Nein, wir machen uns nicht wieder von Vorn und Vorn. Äh, das wollte ich so. Oh, das wollte ich so. Oh, immer geht da einer dahinten, hängen in die Deckung. Was ist denn das für ein Pisser? Jedes Mal. Ja, ja. Ja, er glüht, er glüht. Das war's. Einen ganz warmer. Warnduscher. Mach mir vor den Ausbrüchern. Ehrlich. Freie Militär. Das ist echt gut. Ja, für die Mission ist das echt gut. Wie ich immer verziehe, das ist der Wahnsinn. Ja, wir brauchen auf jeden Fall nachher so einen Stabilisator. Was? Ja, es gibt ja so Stabilisatoren, die man einbauen kann. Dann zieht die Waffe nicht ganz so weg. Gibt schon Kontrolle. Den gibt es. Ich weiß nicht, was er meint. Griff drin, so ein Stabilisator. Und dann noch ein paar andere Sachen. So. Das habe ich doch schon. Ja. Und dann habe ich ja auch schon gerade einen Griff. Aber das bringt nichts. Ja. So, einer ist weg. Gibt ja auch so einen Moves, wo die Statistik ist. Ich muss jetzt auch mal runter. Attribute. Ja, du musst auf jeden Fall früher auch hören Muni mitnehmen. Hm. Komm, ihr habt. Alter. Und zwar mehr als genug. Auf jeden Fall krass. Krass krass krass. Ja, ich komme wieder hoch. Ja, du fuhrer Hassewart. Immer auf die Nuss schießen. Ich bin ja gar nicht auf den Weg. Der ist ja nicht auf den Weg. Ich bin ja auch nicht auf den Weg. Ich bin ja auch nicht auf der Weg. ich hab ein volles ich bin lehrmann ich hab ein volles ich bin lehrmann ich bin absolut leer ich... ich gehe mal auf die andere Seite weil es auch hier war's, oder? nö, ich rief gerade wobei dran boah, was schreit denn da so? ich hab keine Ahnung, bei uns scheint irgendwie Ostergedöns so, und ich hab gedacht, im Game wird es ach Mensch, ich will da Ruhrung, komm ich steh mich doch hoch jetzt da hängt niemandem vor Ort, das steht, danke komm alles einsammeln hier Medi-Kick, ja, saugeil und hoch ok, den Rest sammeln ich noch auf Onkel, ich hab deine Deckung verstärkt warum? äh, ja, weil du doch gerade da bist ich bleib doch hier nicht stehen ja, aber gerade... wir müssen erst mal die anderen bereinigen oh, jetzt muss ich wieder nachladen, mein Gott ja, irgendwann ist Magazin leer komm die anderen nicht eigentlich unendlich, solange der Fette lebt? ja, wir haben auch einen Energieball ne, ich mein aber, dass die immer wieder rauskommen da nein, nein oh, der Dicke hehehe, der steht genau vor dir der steht genau irgendwie die Etage mein Gott, dieser kleine, kriegige Fichser ich muss ständig nachladen, was ist denn hier los? ja, vielleicht hätte er... ja, vielleicht hätte er... Crazy, du rennst die Augen koordiniert übers Spielfeld ja, weil die Deckung belegt waren doch... ach, da... ach, dann... ach... ach, dann wir alle... schießen ein, ich komm gleich mal ja, ich schieß, ich schieß... ja, alles klar, haben wir du musst dir jetzt... das hat gut geklappt hm... so, jetzt alle auf den Dicken die anderen sind tot jawohl komm doch! ach, da brennt ich habe einen Tank getroffen zwei Tanks geil Nein! Ok bei mir hast du jetzt noch nach Deckung. Oh Scheiße ich bin tot! Hilfe! Hilfe! Aber wo bist du denn? Hinten. Warte ich bin hinter den gelascht. Der ist genau bei dem Dicken alter. Ja ich hab den auch auf die Fässer geschossen. Bleib hinter der Deckung! Bleib hinter der Deckung! Bleib hinter der Deckung! Bitte bitte bitte! Ja danke! Dicke ist jetzt auf der anderen Seite also bleibt da um die Seite. Ja korrekt. Komm auch mal rüber. Der ist aber schon wieder on the way. Achtung weg 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 weg! Boah! Das ist genau das was ich mein. Dieser kleine Deckstack der läuft andauernd gegen die Wand. Boah alter! Hast du was? Das kann der echt gut ne? Mit dem Bramwerfer stehen. Boah alter das ist nervig. Dieser dauernd gegen das Geländer. Ja! Der weg! Fast getroffen! Dieht der weg! Dieht der weg! Ich glaube auf der andere Seite. Der ist, der ist tot, der ist tot. Ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich! Ja! 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 Verflucht! Ach wie der ist tot! Wieso, wieso muss ich immer aus... Ihn... Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ich war die ganze zeit mit rum ich gehe einmal die ganze zeit habe stehen im ziel ich habe geschossen 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 und ich gehe einmal weg ich gehe einmal woanders hin habt ihr den niedergeschossen ich kann durchdrehen ist doch egal wer niederballer nicht wer sondern ob ich gesehen habe oder nicht mal ich hab's nicht gesehen nix der umgefallen das macht doch nix meinst du prinzip du vore ist es nur umgefallen ich würde sie gern zeigen kann aber nicht meine fresse jedes mal ich finde sie nix mehr zum einsam an falls du irgendetwas findet du bist 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 wo die gespawnt sind die gesicht sind komischer Fahrstuhl kommen wir schnell wieder raus nicht dass du dann immer rauskommst erhoben muss es ist gut Jürgen ist noch ein Fahrstuhl okay ich bin benutzen die rechten dürfen dazu ist das wird in den linken angezeigt kannst du hier rein alter hä? machst du? crazy hat angst vor der tür so die tür geht zu hey alter alter mach die tür auf alter hey du tür das machst du einfach zu boah fast 30 min apart das war auf jeden fall ein langer boss fight deswegen alter schwede weil jetzt sehe ich auch gerade mal die uhr wie lang das war unser part jetzt ging ey wir konnten aber auch nicht mittendrin da aufhören ne ne das war ja auch dann der ingenieur agent das stromnetz scheint wesentlich stabiler zu sein dank ihnen sind wir zurück im geschäft ja roth ist schon auf dem weg und braucht keine eskorte wir sprechen uns wenn sie wieder hier sind cool blaue schoner und das heißt für mich ich habe schlechtere schoner ne waffe bekommen eine blaue so das nächste war ein sperrer den techflügel war da grade ja klar werden wir jetzt den mhm mhm ja machen wir hier cut ne also wir wir dran wo ist sie oder? ich mach gerade ja Ja, lass die noch mal machen, ich muss auch noch kurz, kurz machen, weil das Ding kann ich wegschmeißen. Du musst die scheiß AK irgendwie wegkriegen. Äh, wo ist die Zähne? Das kann ich ja wegschmeißen. Warum muss ich denn die AK wegkriegen? Ich meine, ich muss die Stabilität hinkriegen von der AK. Warum? Und du brauchst eine zweite, äh, andere Waffe, ne? Cool, ich hab einen laminierten Schoner bekommen, Level 38, und hab aber einen für Level, äh, Quatsch, Level 38, 38 hab ich bekommen und 41 hab ich, cool. Hat mir also die Mission jetzt gar nichts weiter so gebracht. Das machst du noch 22 Mal und ich tüte dich. Okay, ich ziel. Jetzt ist mein Controller fast leer, siehste, du bist schuld. Jetzt machst du noch 22 Mal. Ich gebe dir noch 22 Kopfschüsse. Und dann reden wir darüber. Äh, okay, äh, würde ich... Nee, geht grad nicht. Ah, der Onkel, äh, hat wieder irgendwelche Banausen angelockt. Das sind nur irgendwelche Kaugelmitglieder. Ja, das ist genau so, sind's auch umgefallen. Da riecht drauf. Wir hatten jetzt wieder den, äh, Alarm angemacht vom Auto, hä? Du, äh, niemand. Äh, nichtsdestotrotz würde ich jetzt sagen, ich mach jetzt ganz schön Feierabend und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ciao, liebe Freunde. Däpp. Däpp. Se passe überBS.